Warum hat die Brücke keinen Boten? Die Brücke hat einfach keinen Boten! Einen wunderschönen guten Tag zusammen auf dem Kanal der Strese. Wir reagieren heute auf eine Folge realer Irrsinn im Norden und Süden von Extra 3 Spezial im NDR veröffentlicht. Und weil ich Unmods so beschissen kann, gehen wir direkt rein in die Folge und ich wechsel die Szene. Bis gleich. Ei, ei, ei. Das sind die Schlimmsten. Ja. Der Chat ist auch immer mit dabei. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Und jetzt Extra 3, der reale Irrsinn im Norden. Es wird auch immer wilder, dieses Intro, ne? Deutschland heißt im Norden Norddeutschland. Really? Los geht's in Kiel. Wusstet ihr, dass hier 1962 aus den unendlichen Tiefen des Alls ein kleiner Meteorit eingeschlagen ist? Wirklich wahr. Nur gut, dass gerade niemand vom Ordnungsamt zugegen war. Sonst wäre der Weltraumstein womöglich geradewegs zurückbefördert worden. Denn Kiel ist für Steine ein hartes Pflaster. Das ist das neue Doppelhaus von Peter Hartig in Kiel. Okay. Alles schön ordentlich gemacht. Samt der frisch gepflasterten Hofeinfahrt. Meine Auffahrt ist in dieser Bundflöße gemacht worden. Anthrazit. 20 x 10 und 8 cm dick. Ja, ja, sehr schön. Aber hier auf dem kleinen Stück zwischen Auffahrt und Straße ist öffentlicher Grund, Herr Hartig. Und er hat das selber gepflastert, oder was? Neunjähriger ohne Hemd durch Spielplatz. Alles klar, bitte was? Nein, nein. Sprechen Sie Deutsch? Nein, nein. Und wie heißt Deutschland dann im Süden? Westdeutschland? Im Süden heißt Deutschland wahrscheinlich Bayern. Es gibt in Hameln eine Fußgängerzone, die dreimal wieder aufgemacht werden musste, weil die Stadt was vergessen hat. Was haben die denn da bitte vergessen? Sprechen Sie Deutsch, weil die Amtssprache Deutsch ist. Wenn Sie kein Deutsch kennen, kennen Sie Pech gehabt. Haben Sie Pech gehabt? Hä? Hier haben Sie doch nicht etwa die gleichen Steine genommen? Für den Bürgerschaftsbereich habe ich die gleichen Steine verwendet, wie in der Auffahrt, auch von der Farbe her. Und habe mich da auch nach den Anliegen konzentriert in der Nachbarschaft. Aber das waren leider die falschen Steine. Falsche Steine? Herr Hartig, Sie können doch nicht irgendwelche Steine nehmen. So was wird von der Stadt Kiel gesetzlich genau geregelt. Bitte? Das ist das Straßen- und Wegegesetz. Paragraf 21 und Paragraf 24 muss man da heranziehen. Alter Knobelritter, haut einfach schon raus. Paragraf 23 und 24? Ist das dein Ernst? Du weißt das auswendig? Das passiert hier ständig. Hier wird alles zwei bis drei Mal nochmal aufgemacht. Geht doch nicht. Gibt überhaupt richtige Steine? Na klar. Oh mein Gott, falsche Steine. Das habe ich von Johnny Depp? Na nie. Ja, stepped on a bee, stepped on a bee. Die Stadt sagt, welche Steine die richtigen sind. Ja, welche sind denn die richtigen? Nein, Paragraf 23. VW, VFG regelt nur die Amtssprache. Ach so, verstehe. Ich bin Verwaltungsfachangestellter. Ich kenne das. Ich bin Twitch-Streamer und gucke mir gerade ein Video an. Was ist los mit euch? Ihr seid so. Und genau so muss der Stein aussehen. Bis dann, hey. Der Stein ist 25 mal 25 Zentimeter groß. Das ist ein grauer Betonstein, 8 Zentimeter hoch, den wir da überall verbaut sehen wollen. Genau. 25 mal 25 mal 8. Und nicht 20 mal 10 mal 8. Von der Qualität her sind die noch weiter besser. Qualität ist die besser wie die Betonsteine. Darum geht's aber nicht, Herr Hartig. Ihr Stein ist kein Standardstein. Die Baustandards werden durch eine Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen geregelt. Ja, die anderen Anwohner müssen sich schließlich auch daran halten. Kimono Grau und Anthrazit sind nur für Männer gleich. Und den Stein kann man nicht mehr verkaufen, das wäre es noch. Ja, mein Nachbar nebenan, der hat ja auch nicht die Steine, sondern Asphalt wirklich bis zur Straße ran. Und er meinte auch so, was? Was? Der hat auch keinen Standardstein? Ich habe hier, glaube ich, noch kein einziges Haus gesehen, wo solche geforderten Steine vorgesetzt worden sind. Oh, hier hat der Gehweg Graue zu kleine Steine, hier Rote zu kleine Steine und hier sogar gar keine Steine. Gar keine? Also das ist ja wirklich... Anthrazit ist etwas bläulicher als Grau. Ach, no, Führer, bitte. Ich bitte dich. Das kann... Nur Sand? Nur weil das die Nachbarn schon vor Jahren genauso gemacht haben. Es gibt sozusagen kein gleiches Recht im Unrecht. Ja, dann müssen alle im Prinzip dann bestraft werden oder was? Oder gefordert werden, die Richtigen dahin zu verlegen. Die anderen haben sich eben nicht erwischen lassen. Alle Widersprüche nützen nix. Die falschen Steine müssen weg. Und es schafft für zwei Familien den Wohnraum und es... Förmliche Zustellung. Zockger. Schönen guten Abend. Danke für deinen Follow. Gar keine Steine, was... Also, Entschuldigung. Let's start a stone revolution. Ist so. Wenn nur Steine in den Weg gelegt. Ja. Sehr lustig, Herr Hartig. Der Witz hätte glatt von uns kommen können. Von den Steinen des Anstoßes in Kiel auf in die Fachwerkstatt Zelle. Och, schau mal ein Brötchen. Gibt es tatsächlich seit 2400 Jahren. Das zeigen Funde aus Asien. Interessant, oder? Zelle gibt es seit über 1000 Jahren. Das zeigen Funde aus, äh, Zelle. So, da müsste man doch meinen, dass es möglich ist, auf dem Marktplatz in Zelle ein Brötchen zu essen. Doch weit gefehlt. Der Wochenmarkt in Zelle. Was hier so wirkt wie friedliches Einkaufen von unbescholtenen Bürgern, ist in Wahrheit ein einziger gottverdammter Sünden-Fool. Zelle spricht man also Zelle aus. Was hättest du denn gedacht, Kimono? So wie bei Dragon Ball Cell? Deutsches Recht ist manchmal einfach nur lustig. Es ist peinlich. Es ist, deutsches Recht ist manchmal einfach nur peinlich. Was auf diesem Platz passiert, entbehrt jeglicher Vorstellungskraft. Händler verkaufen am helllichten Tage warme Leberkäse. Oh, Leberkäse. Ich hab jetzt so Bock auf Leberkäse, ne? Junge, 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 Junge. Brötchen. Und ihre Kunden essen sie noch vor Ort. Und dann noch so richtig schön mit Senf oder so. Verbrechen in Zelle. Der Fischverkäufer weiß warum. Auf dem Wochenmarkt in der Altstadt ist es verboten, warme Speisen, die vor Ort zubereitet werden oder an Ort und Stelle verzehrt werden können, anzubieten. So sagt der Stadt. Mit süßem Senf. Hat sein warmes Leberkäseverbot bewahrt den Zeller Wochenmarkt vor dem Untergang. Wir haben in anderen Städten Märkte, wo dies auch dazu führt, dass sich der Charakter von einem Versorgungsmarkt zu einem Lifestyle-Consumer-Markt, wie immer sie das neudeutsch bezeichnen wollen, verändert. Ja, ja, dieses... Aber das ist doch gut. Meet & Greet, weißt du so? Du gehst dann auf den Wochenmarkt, das ist ein richtiges Event. Du kannst dann einkaufen, du kannst Leute treffen, sich unterhalten, soziale Kontakte pflegen. Das ist doch super. Was ist denn jetzt das Problem? Ist das nichts? Nicht zellisch genug. Nicht erlaubt, bitte. Boah, jetzt ein geiles Mettbrötchen mit dick Zwiebeln drauf, das wär's. Ja, ich bin immer noch bei der Leberkäse. Also ich find's so... Boah. Ich hätt schon Bock auf so einer Leberkäse jetzt. Weiß aber nicht, wo ich das... Meet & Feed. Ja, genau. Wenn alte Menschen Wörter verwenden, die sie nicht verstehen. Das ist auch so ein Ding, ne? Ah. Das ist wirklich herrlich. Das Lifestyle-Consuming. Direkt am Stand etwas essen. Wo gibt's denn sowas? Zum Glück nicht in Zelle. Wir dürfen das Brötchen nicht so über die Theke gehen. Wir müssen jetzt in der Tüte reinfangen, sodass der Kunde das mitnehmen kann. Also ich darf das hier gerne kaufen. Kaufe ich auch sehr gerne. Und gehe dann zwei Meter zurück hinter das Kabel und darf dann in der Öffentlichkeit essen. Gerne. Das war ja bei den Corona-Verordnungen ja genauso, ne? Du durftest dann immer noch irgendwo beim Stand irgendwas kaufen, aber musstest dann wie viele Meter? 150 oder 50 Meter vom Stand entfernen, damit du das dann öffentlich essen durftest. So ganz am Anfang. Das war auch so eine Regelung, ne? Und die haben das jetzt einfach ohne Corona. Aber die Scheibe Leberkässe-Fleischkässe muss doppelt so dick wie das Brötchen sein. Ist so. Ich verstehe den grundsätzlichen Sinn der Regelungen, aber wenn diese so angewendet werden, ist das nur bescheuert. Ich würde gerne etwas Brötchen zum Met. Damit sich keine Trauben bilden, vermute ich mal. Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, ne? Es ist doch... Dürfte ich ja auch nicht das Obst am Stand essen. Ja, genau. Darfst du ja auch nicht. Genau. Auf dem Marktplatz nicht speisen. Daneben jederzeit. Ja, das ist typisch Zelle hier. Warum kann ich das Brötchen hier nicht essen? Boah, die ist ja mega sick, ne? Guck mal, wie sauer die ist. Die ist richtig empört. Das beschäftigt die Frau richtig. Man möchte grundsätzlich den Charakter der Altstadt erhalten und die Ursprünglichkeit beibehalten. Aber das da ist dumm. Ja, aber... Warum muss ich um eine Ecke gehen oder in eine Tüte? Warum muss ich in eine Tüte gehen? Stark. Wagen, die bieten das ja direkt an. Und das ist herrlich, ist das. Also, wer das nun wieder in die Wege geleitet hat. Ach, wieso? Der Erfolg ist doch sichtbar. Eine von schnellen Snacks befreite Zeller Altstadt. Stell dich nicht zwischen die Dritten einer Rentnerin und ihrem Leber-Case. North Star, sehr stark. Bloß keine Bananen essen. Die sind nicht deutsch. Ach ja, die meisten anderen Sachen, die man da kaufen kann auch. Ja, genau. Ich darf hier meine City essen, sobald ich die Ware erhalten habe. Ach so. In deiner City. Wo warst du nochmal? Irgendwo in Bayern, ne? Oder? Egal. Mehr Umverpackung stark gemacht, Herr Bürgermeister. Ja, das war auch so ein Gedanke, weißt du? Einfach noch mehr Verpackung, noch mehr Müll. Der dann einfach wieder, äh, und dazu noch so ein, ähm, wie heißt das? So ein Beleg dazu. Ja, dann sind sie noch verpflichtet, so ein Beleg zu drucken und dem Kunden in die Hand zu drücken. Noch zusätzlich. Die Umwelt freut sich, genau. Genau das. Und, äh, Sie? Packen Sie sofort Ihr Brötchen ein. Ja, das geht ja mal gar nicht. Und, äh, Sie? Sie werden doch wohl nicht, äh... Und die ganzen, die Stadtrede sollten mal kommen und sich hier auch ein Brötchen holen. Hm, ja. Boah, die Frau ist richtig kriminell. Jetzt, jetzt geht sie mit ihrem Rollator, mit ihrem kriminellen Rollator weg. Wieso eigentlich nicht? Boah, guck mal, die ist... Das ist... Aber die, diese, diese Endcut. Ja. Einfach super, ey, ich feier das. Wieso eigentlich nicht? Nee, Strese, in der ältesten Stadt Deutschlands, weil... Ach ja, stimmt, das war ja, das war ja Trier, ne? Weil die ja nicht ganz genau geklärt ist. Jaja, mit kriminell kennst du dich ja aus. Absolut. Ich hab heute ein erweitertes Führungszeugnis beantragt. Ja, in dem steht nichts drin. Aber ich muss das abgeben. Der Rollator ist bestimmt gepimpt. Ja, ne, bestimmt ist da so eine fette Boombox drin. Rentneraufstand am Leberkäse-Stand. Boah, ich seh's schon, ne? Großes, großes Schaubilds. Kinofilm, Blockbuster. Der Rentneraufstand am Leberkäse-Stand. Hast du einiges streichen lassen? Jaja, ich hab einiges streichen lassen bei dem, bei der... Unsere nächste Geschichte hat auch Biss und führt uns nach Nibel. Den meisten Sylt-Urlaubern bekannt als die Haltestelle, wo man noch nicht aussteigt. Bitte? Ich frag mich, ob im rechtlichen Sinne ein Rollator als Fluchtfahrzeug bezeichnet werden muss. Ich muss gerade an einen sehr exorbitanten Rand eines Kabelbauunternehmensnehmers denken, der der Bürokratie den Mittelfinger gezeigt hat und ein enormes Internetversorgungsprojekt gegen die Wand hat fahren lassen, weil sich irgendwelche Umweltamtsschimmel dagegen verwehrt haben, dass Bäume gefährdet würden, die nirgendwo in dem geplanten Bauabschnitt überhaupt wachsen. Das müsste eigentlich auch direkt bei realer Irrsinn landen, so wie das beschrieben ist hier. Hauptsache alles in Norddeutschland. Ja, Süddeutschland kommt ja gleich noch. Der Tollste... Was? Der Tollste ist im rechtlichen Sinne kein Fahrzeug. Der Tollstar. Also ein Rollator. Heißen die so? Typisch realer Irrsinn. Es ist so, ne? Rollator. Okay. Der Tollste. Hast du dich vertippt? Ah, T9. Alles klar. Ja, ja, alles klar. Okay. Wir gehen aber rein nach Niebüll, ihr Lieben. Wir gehen jetzt rein nach Niebüll. Seid gespannt, was dort wieder los ist. In Sylturlaubern bekannt als die Haltestelle, wo man noch nicht aussteigt. Für euer Lieblingsunternehmen, die Deutsche Bahn, ist Niebüll hingegen ein ganz besonderer Bahnhof. So wie man auf Sylt zwecks Inselerhalt Sand aufschüttet, trifft die Deutsche Bahn in Niebüll ihre eigene existenzsichernde Maßnahme. Nur wird hier nicht aufgeschüttet, sondern aufgeschuttelt. Hier in Bredstedt. Aufgeschuttelt. Lass mich raten. Es gibt Shuttle-Busse oder sowas. Oder Shuttle-Taxen. Wenn diese Leute hier heutzutage noch mit T9 schreiben. Es ist ja nicht T9, es ist einfach nur die Autokorrektur. Aber ich benutze das Wort T9, habe ich heute auch schon ein paar Mal benutzt. Weil ich was mit dem Handy geschrieben habe und da einfach sonst was bei Rom kam wieder. Einem außerhalb Nordfrieslands bislang unbekannten Ort startet direkt bei den Zügen der Sylt Shuttle Plus. Ein neuartiger Zug, mit dem die Deutsche Bahn die Beziehung zu ihren Fahrgästen in eine andere Dimension überführt. Das ist eine Straßenbahn. Es geht um die begehrte Autozugverbindung zwischen Niebüll und Westerland auf Sylt. Um einen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten, kam die Bahn auf eine tolle Idee. Jetzt kommt's. Wie heißt es so schön? Wettbewerb macht kreativ. Denn wer die längere Streckenverbindung anbieten kann, der darf häufiger fahren, entscheidet die Bundesnetzagentur. Okay. Deshalb startet die Deutsche Bahn in der Bredstedt, nimmt einen alten Personenwagen, hängt ihn in Niebüll einfach an den Autozug dran. Und blockiert so lange die Gleise, bis die Konkurrenz die Lust verliert. Der Bürgermeister von Bredstedt weiß das brandneue Angebot noch nicht so richtig zu schätzen. Bitte steigen Sie hier nicht aus. Ach, deshalb kennt mein Handy so viele Flüche und Schimpfwörte. Also hab ich das richtig verstanden. Also, es sind nur, ich sag mal, zwei Gleise, die dorthin führen. Eins hin, eins zurück. Oder ist es nur, ja, wahrscheinlich, das sieht man ja hier. Und die Bahn, die Deutsche Bahn, DB, hat den längeren Zug. Und deswegen darf die länger auf diesen Gleisen fahren. Und sonst niemand. Und Konkurrenzunternehmen, die dann auch einen Zug dort schicken wollen würden, können dies nicht tun, weil die Gleise blockiert sind von der Deutschen Bahn. Hab ich das richtig verstanden? Also, wenn ich ein Bauunternehmen starten würde und einfach vom südlichsten Punkt Deutschlands zum nördlichsten Punkt, dann hätte ich gewonnen. Ja, im Prinzip schon. Wenn du irgendwo bei Wien anfängst und dann durch ganz Deutschland deine Gleise bis nach Sylt baust, dann dürftest du diese Strecke wohl dann befahren, sofern der Zug genauso lang ist. Ich glaub, das geht auch gar nicht. DB Akel steckt schon im Namen. Es ist so, ne? Debakel. Wir haben mehrere Bredstädter Firmen, die in großer Zahl mit ihren Mitarbeitern auf die Insel pendeln. Und von diesen Mitarbeitern hat keiner diesen Zug je benutzt. Tatsächlich, der Sylt Shuttle Plus ist leer. Dabei wissen die Bahnkunden gar nicht, was ihnen entgeht. Wir werden ja auch Besonderheiten hier anbieten. Es sind Fernverkehrsticket gültig und natürlich eine Sitzplatzreservierung. Also das ist, denke ich, eine ganz attraktive Geschichte. Mit der Sitzplatzreservierung würde man dann auch im leeren Wagen auf alle Fälle einen Fensterplatz bekommen. Toll. Und schon geht es nach Nibel, wo der leere Personenwagen erst in den Bahnhof einfährt, damit Fahrgäste ein- und aussteigen können. Theoretisch. Danach wird der leere Personenzug an den Autozug angekoppelt. Fertig ist der Sylt Shuttle Plus. Ja, wir nennen den Geisterzug, weil da nicht einer dransetzt. Dabei gäbe es so viel zu erleben. Wenn man nämlich im leeren Sylt Shuttle Plus auf die Insel gefahren ist, wird es erst richtig spannend. Der Zug ist nämlich leider zu lang für den Bahnhof. Nicht euer Ernst. Blöd. Also wird der Passagierteil flugs abgekoppelt, fährt bis zur nächsten Weiche zurück. Dann wieder vorwärts und nochmal in den Bahnhof rein. Hier könnten Passagiere aus- und einsteigen. Theoretisch. Und schon beginnt die Rückfahrt. Erstmal bis zur Weiche. Neuer Autozug wird angekoppelt und alles zusammen zurück zum Autoterminal. Der Bürgervorsteher von Sylt ist begeistert. Tja, ich würde das als Abenteuerurlaub bezeichnen. Abenteuerurlaub zu Fernverkehrspreisen. Ich bin komplett sprachlos. Das ist ja unglaublich. Die Grundaussage ist ja, je länger die Strecke, desto öfter darf ich es befahren lassen. Aber das ist doch Bullshit. Warum glaubst du ich sollte... Das sind doch Kosten, die entstehen, mal wieder. Das sind jetzt aber Kosten für ein Unternehmen. Nicht irgendwie Steuern oder sowas. Oder wird das irgendwie steuerlich bezuschusst. Die Lacheffekte sind aber, naja, meh. Das ist halt extra 3. Das ist so typisch. Die Bahn. Wir geben unnötig Geld aus, damit sie es nicht müssen. Ja, es ist... Es benutzt ja auch keiner. Was ist das für ein Bullshit? Scheint eine Sitcom zu sein, ne? Ja. Eine Sitcom. Und wir spielen in ganz Deutschland. Von Westerland nach Bredstedt und wenn ich will, auch wieder zurück. Wer da Spaß dran hat, der soll es machen. Es ist schon fast lächerlich. Die Fahrt dauert fast doppelt so lang wie mit dem Nahverkehrszug und ist auch noch teurer. Die Bahn ist stolz. Wow. Einfach wow. Von der Küste in die Berge, also norddeutsche Berge. Was hat das Harzvorlanddorf Westerode? Ihr seid ja völlig am eskalieren. Crowdy hat Spaß mit dem Song. Ich glaube, der mag den. Zumindest mehr als meine Rammstein-Adaption. Und schönen guten Damen, Valhalla. Hi. Schön, dich hier auch mal wieder lesen zu dürfen. Sehr schön. Westerode, Dula-Stadt. Ich erinnere mich dunkel, dass da irgendwas sehr, sehr Ärgerliches oder Lächerliches passiert sein muss. Und weiß aber nicht mehr so genau was. Eskalation? Na, Kimono. Nimm dich bitte. Das kann man auch falsch deuten. Gut, dass da ein Kappa ist, ne? Oh. Wir gehen jetzt rein in Westerode, Duda-Stadt. In seiner langen Geschichte nicht schon erdulden müssen. Hier sind schon Regimente aus Schweden, Hannover und sogar aus Brandenburg quer durchmarschiert. Einfach so die armen Blumen. Und jetzt, wo Hannover und Brandenburg keine Militärmächte mehr sind, ist jetzt Ruhe eingekehrt in Duda-Stadt, Westerode. Schön wär's. Westerode im Harz. Was ist da los? Nicht so friedlich, wie es scheint. Denn hier tobt ein erbitterter Kampf. Danke für deinen Schauplatz. Die kleine Wohnstraße Blumenau. Raser nutzen die gerne. Hä? Wie ist das denn? Kurze, kurze Zwischenfrage. Sorry. Wie ist das denn rechtlich? Ich kann hier sämtliche Kennzeichen erkennen. Also wenn das jetzt nicht so unscharf wäre, why ever, habe ich die Auflösung hier auf Maximum. Ja, 27p ist Maximum hier. Aber ich kann die Kennzeichen erkennen. Wie ist das denn rechtlich? Müssten die das nicht auskiehen? Die meisten Schiffsnamen waren damals doch mit so einer S-Bezeichnung. Genau, genau. Aber man kann es halt falsch deuten. Nicht, dass jemand irgendwas falsch versteht oder sowas. Natürlich meintest du ein Schiff damit. Aber ja. Gibt es mittlerweile auch ein extra 3 mit dem Bückeberg? Das weiß ich nicht. Eine Wohnstraße Blumenau. Aber, ne, wenn ich jetzt Frame für Frame gehe, GÖKH 803. So, ich könnte jetzt irgendwas, aber was mache ich da mit dem Kennzeichen? Aber ich kann es lesen. Ich dachte, das müsste gekiet werden. Seine Majestät Schiff. SMS. Ja, genau. Gut, sorry. Ich musste, das hat mich nur gerade interessiert, deswegen musste ich hier mal kurz pausieren. Genau. Raser nutzen die gern als Durchgangsstraße. Die Stadt wollte den Feind ausbremsen. Zunächst mit einer Tempo-30-Zone. Die Wirkung war im Grunde genommen gleich null. Es wurde weiter gerast, aber es gibt ja noch schärfere Mittel im Arsenal der Beschilderung. Ja, als weitere Maßnahme hat dann der Ortsrat vorgesehen, dass wir an dieser Stelle eine Durchfahrt nicht mehr zulassen wollen. Und deswegen Anlieger frei, oder wie? Ja, der Strese unterbricht nach kurzer Zeit wieder mal für die wichtigen Fragen. Ja, natürlich. Natürlich, deswegen heißt das hier auch Überanalyse, Crowdy. Hier wird sogar das analysiert, was überhaupt nicht wichtig ist. Bückeberg ist bei mir quasi nebenan. Das ist auch absolut bescheuert. Oha. Aber leider war auch die Sperrung kein echtes Hindernis für Harzer Roller. Die Abkürzung durch die Straße Blumenau, hier rot, war einfach zu beliebt. Der Umweg von einer Minute unzumutbar. Okay, aber so ein Anlieger frei Schild, ne? Das hat mich auch noch nie, da muss ich jetzt mal wirklich ehrlich sein, das hat mich auch noch nie wirklich aufgehalten. Ich wäre auch eiskalt daran vorbeigefahren, weil Weg kürzer oder keine Ahnung. Und ja, ich habe ja das Anliegen. Ich will nämlich von Punkt A nach Punkt B. Das ist mein Anliegen. Deswegen fahre ich dann da durch. Falsch gedeutet, oder? Der Effekt war also im Grunde genommen, sag ich mal, lange nicht ausreichend. Es sind also trotzdem die Fahrzeuge hier durch die Blumenau durchgefahren. Weil Schilder also nicht halfen, mussten Bürgermeister Vollmer und Ratsherr Kühne Bauamtsleiter Böning einschalten. Und Bönings erste Maßnahme zum Aufhalten der Autos. Nein, nein. Diese Betonklötze. Auch die Maßnahme hat wenig den Sinn und Zweck erfüllt. Da ist doch schon ein Unfall passiert, oder? Ich verstehe bei dem Sachverhalt ehrlich gesagt noch nicht mal die Problemlage. Da ist eine breite Straße, da kann man durchfahren. Ja, aber die Anlieger haben sich wohl beschwert wegen Lärmbelästigung oder so. Du hast ja einen Anliegen. Und es hat einen kaum nachprüfbaren Charakter. Ja, das ist ja quasi wie auf dem Parkplatz. Hauptsache alle am liebsten im Geschäft parken. Nur nicht zu weit laufen. Könnte ja der Gesundheit geförderlich sein. Ja, okay. Fand man dann rechts und links in den jeweiligen Straßenbereichen wieder. Skrupellose Autofahrer hier eine nachgestellte Szene legten die Betonklötze einfach beiseite. Ja, hier eine nachgestellte Szene ist super stark. Wir mussten etwas anderes erfinden. Daraufhin haben wir dann gesagt, wir verdübeln die. Wir befestigen sie mit dem Asphalt, was dann anfangs auch eine gewisse Zeit gehalten hat. Ja, bis die Leute einfach über die Poller fuhren, koste es, was es wolle. Nein. Und die verliehenden Fahrzeuge, die rasieren den ab. Auf dem alten Poller lagen schon Teile vom Getriebe. Da lagen Haupt... Teile vom Getriebe. ... und Öl da. Im Grunde genommen als Konstrukt daraus, dass auch der gedübelte Poller nicht dauerhaft in seiner Position auffindbar war, musste etwas anderes her, nämlich zwischen diesen beiden Pollern etwas zu schaffen, das etwas dauerhaft ist. Ein dritter Poller. Dieser einbetonierte Superpoller versperrt seit dem 9. März um 9 Uhr die Blumenau. Endgültig kein Durchkommen mehr. Als ich dann um 10 nach 12 den Anruf vom Bauhofleiter bekommen habe, der Poller ist nicht mehr Poller, sondern ist beschädigt, das konnte ich nicht begreifen. Aber ich habe gesagt, ich bin im falschen Film. So einen Poller kann man ja auch schon mal übersehen. Ein Kollateralschaden im Krieg um die Straßenverkehrsordnung. Doch der Kampf geht weiter. Das ist ja unfassbar, unfassbar. Und Leute fahren da dann wirklich drüber. Es ist ein Wohngebiet und die fahren zu schnell. Vielleicht Schulweg, ja, ne, also verständlich alles. Aber das ist schon echt hart. Und die Leute mit eiskalt fahren die da drüber. Kostet was es wolle. Okay, Senioren kann ich verstehen auf der einen Seite. Was, was, was? Wo sind wir denn jetzt hier? Was habe ich alles überlesen? Die Idee verstehe ich. Die Durchführung ist wieder mal scheiße. Ja, was hättest du denn gemacht? Was willst du machen? Die Straße abreißen? Eine komplette Mauer hochziehen? Oder was? Anstatt die dann dauerhaft einen 1 Meter Poller machen. Ja, also hoch genug, dass man es erkennt. Weil das ist eindeutig zu niedrig. Also, aber man erkennt es ja eigentlich schon, ne? Man hätte ja das erkennen müssen. Für den Huni einen Poller mit Schlüssel. Merkel-Lego in beide Richtungen, beide Fahrtrichtungen. Was ist denn Merkel-Lego? Wäre auch möglich gewesen. Der war mal einen Meter hoch. Der war mal einen Meter hoch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wir gehen nicht nach. Und schon sind wir an der letzten Station. Das war es dann schon. Also Rot-Weiß sind ja eigentlich so eine Art Warnfarbe für solche Sachen. Eigentlich ja, ne? Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich. Ah. Und unsere Reise durch den realen Irrsinn im Norden angekommen. Osnabrück. Osnabrück. Sehr schön. Was gibt es da? Was gibt es da? Aha. Ach ja, wei, ach. Eines hiesigen Doms und der schicken Automarke Karmann-Gier. Leider ist Karmann inzwischen genauso insolvent wie zum Beispiel DMC, der Hersteller des DeLorean aus Zurück in die Zukunft. In Osnabrück könntet ihr den wiederum ganz gut gebrauchen. Denn in der Herderstraße kommt man um eine Zeitmaschine gar nicht drumrum. Susanne von Alste auf dem Weg zur Arbeit. Jeden Morgen pendeln sie und ihre Kollegen in die Osnabrücker Herderstraße. Nur leider ist das mit dem Parken etwas, ja, komplizierter geworden. Ja, also seit Neuestem ist hier Anwohner parken. Und das bedeutet, dass wir von 9 bis 19 Uhr hier mit Parkscheibe drei Stunden stehen dürfen, sofern wir nicht Anwohner sind. Als Anwohner kann man natürlich einen Anwohnerausweis beantragen. Mitarbeiterausweise gibt es leider nicht. Aber halb so wild mit der Parkscheibe steht man ja trotzdem umsonst. Man muss halt nur alle drei Stunden umparken. Denn einfach weiterstellen darf man die Scheibe nicht. Ja, das heißt, du parkst dann aus, stehst auf der Straße und parkst dann direkt wieder ein. Und das alle drei Stunden. In Aachen wäre bestimmt auch, was für diesen Irrsinn. Was gibt es denn so in Aachen? So geht das dann halt den ganzen Tag. Umparken, Parkscheibe einstellen, nach drei Stunden wiederkommen, nochmal umparken und so weiter und so weiter. Alles Paletti bis zu diesem einen Tag. A. Und da habe ich erst gedacht, kann ja mal ein Fehler sein. Ist halt so. Aber am nächsten Tag ist das Gleiche, meinen Kollegen passiert. Und ja, da sind wir, haben wir uns gewundert. Es stand immer drauf, wir hätten die Parkscheibe falsch eingestellt. Ja, aber laut Recht, wie? Gestellt. Was? Falsch eingestellt. Etwa bei der Uhrzeit geschummelt. Ja, also ich bin um 8 Uhr angekommen und dann habe ich natürlich die Parkscheibe auf 8 Uhr, das ist ja die Ankunftszeit, auf 8 Uhr eingestellt. So einfach ist das aber nicht, mit der Ankunftszeit besser mal nachfragen. Ja, also wir haben uns bei der Stadt erkundigt, warum das so ist. Und da hat man uns erklärt, dass man natürlich die Parkscheibe auf die Ankunftszeit stellt, so wie man es gelernt hat. Dass man die aber hier, wenn man vor 9 Uhr kommt, auf jeden Fall auf 9 Uhr einzustellen hat. Egal, wann die Ankunftszeit ist. Eine Zeit vor 9 Uhr existiert für Osnabrücker Beamte aber nicht. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer verdammter Ernst. Das kann nicht wahr sein. Jetzt wirst du dafür bestraft, dass du zu ehrlich bist. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Dafür gab es mittlerweile die elektronischen Parkohren. Hast du dir geholt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nagen gibt es in einer Straße zwei Parkzonen und fünf Parkscheinautomaten auf einer Strecke von 100 Meter. Leider steht nichts dran, für welche Parkzone die jeweils sind. Ist das nicht irgendwie auf einer Karte ausgeschildert? Also ausgedefiniert oder so? Man kann sie nicht alle retten. Oh, du hast so recht. Nein. Aha, okay. Weil es gibt ja diese Apps mit diesen elektronischen, dass du so elektronisch bezahlen kannst. Und da sind dann immer diese Bereiche, Parkbereiche. Deswegen hätte ich da jetzt gefragt. Das war auch schon im TV. Ja, vielleicht werden wir das ja irgendwann mal sehen, wie ich das erfahren habe. Scheint man die Parkscheibe auf die nächste halbe Stunde einzustellen, wenn man nicht vor oder um die volle Uhrzeit ankam. Aber ich kann natürlich auch falsch liegen. Scheint man die Schammer auf die nächste halbe Stunde einzustellen und auf die nächste Folge. Ja, ja, genau. Diese Regel kenne ich auch. Ich komme so Viertel vor neun an oder so. Stell dich auf neun. Ich komme um zwei nach halb. Ich stelle auf neun. So. Weißt du, mein? Also das ist schon richtig. Aber hier ist ja für die Zeit ab neun. Darum geht es ja jetzt hier. Das ist ja nochmal was anderes. Pay by Phone funktioniert da natürlich jetzt. Genau. Pay by Phone heißt das. Genau. Ja. Mit denen in Osnabrück. Mit denen in Deutschland. Das ist ja egal wo. Ich das erfahren habe. Achso, das habe ich schon gelesen. Gut. Gut, gut. Sie verdienen die Rettung zu feiern gar nicht. Wahnsinn. Und das kann man nicht nachlesen. Das sei halt so eine Bestimmung. Nein, kann man nirgends nachlesen. Aber auch wenn es keiner weiß, Ankunftszeit ist eben nicht gleich Parkscheiben-Ankunftszeit. Und dann gibt es ein Knöllchen, sagt die Stadt. Eine falsch eingestellte Parkscheibe, dabei spielt es keine Rolle, ob diese zu früh oder zu spät eingestellt ist, muss wie eine fehlende Parkscheibe behandelt werden. Das ist echt ohne Scheiß, ne? Die ist ja nicht falsch eingestellt. Sie ist ja eigentlich zu ehrlich eingestellt. Da wird einfach Unwissen bestraft, weil wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Paragrafen, wo steht, okay, in diesem Bereich, wenn da steht ab 9, dann muss es auf 9 gestellt werden. Und das ist so unverschämt einfach. Hauptsache, das Kennzeichen vom VW ausgeblendet, aber die anderen zwei Wagen nicht. Ach so, klar, einfach drei Parkscheiben zur Auswahl für die geplante, die gefühlte und gesetzliche Ankunftszeit. Nun kann wirklich nichts mehr schief gehen in Osnabrack. Das war Extra 3, der reale Irrsinn im Norden. Und jetzt Extra 3, der reale Irrsinn im Süden. Da gucken wir mal, was im Süden los ist. Deutschland heißt im Süden. Das Traurige ist der einzige Grund, warum so etwas möglich ist, weil die Deutschen so pflichtbewusst und regeltreu sind. In anderen Ländern sind Regeln bestimmt nicht viel anders, aber die Leute geben einen Fick da drauf, dieses Unrecht anzuwenden, weil die mit ausreichend gesundem Menschenverstand und einem Grundalkoholpegel versorgt sind, der einem sowas egal sein lässt. Das kann sein, das kann sein. Schönen guten Abend, Gerda Gurke. Na Gerda, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Nanu? Gerda. Das ist eine Regelung, die Korinthen Johann vor 500 Jahren mit der Pistole auf der Brust durchgedrückt hat. Ich glaub auch. Ich glaub auch, Leute. Ich glaub auch. Welcher Deutsche hat keinen Grundalkoholpegel? Nun. Das ist auch eine gute Frage. Ihr Lieben, wollen wir in den Süden reingehen? Ich leider. Ja, ich hab auch keinen Grundalkoholpegel aktuell. Und das ist auch gut so. Ich bräuchte mal einen. Nun. Oder auch nicht, ne? Wir gehen mal in den Süden jetzt. Rein da. Süddeutschland. Süddeutschland. Los geht's im bayerischen Oberhaching. Ein Ort mit Geschichte. Ah, Oberhaching. Schon die Kelten siedelten hier. Und die Römer bauten später eine Straße. Wie wohl die Geschichte Mitteleuropas verlaufen wäre, hätte schon damals jemand so beherzt durchgegriffen, wie der Barrikadeur von Oberhaching. Vielleicht wären die Kelten geblieben und die Römer wieder umgedreht. Kirsti und Lukas auf dem Weg ins Café. Bisher ging das super auf diesem offiziellen Fußweg. Jetzt nicht mehr. Das ist aber keine Baustelle, oder? Ich verstehe es halt irgendwie nicht so ganz. Also warum jetzt eine Mauer? Na, weil der Herr Müller sie gebaut hat. Er war so genervt von Mitbürgern, die sich nicht zu benehmen wissen, dass er auf die Barrikaden gegangen ist. Die Mauer habe ich selbst errichtet. Das sind zwei Holzsäulen und daran sind die Bretter festgemacht. Die Mauer ist abgestützt mit Stützen. Abgestützt mit Stützen, ja. Nein, einfach nein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Ah, dass die Leute nicht sehen können, dass wir dumme Gesetze haben, die keinen Sinn machen. Moment. Dass die Leute nicht sehen können, dass wir dumme Gesetze, die keinen Sinn machen, brauchen. Ah, wo soll sonst das ganze Geld her, das wir aus dem Fenster werfen, um diese Gesetze durchzuzwingen? Barrikadeur von Oberhaching. Klingt ja fast nach einem Adelstitel. Ausrast. Will man nur was 3D drucken? Ja, da muss man erstmal die gesamte Wartungspalette abarbeiten. Was? Barrikadeur, was machst du? Bist du am 3D drucken oder was? Ich stütze grundsätzlich mit Erdnüssen ab. Mit Erdnüssen. Ey. Hallo? Also das, ist das sein Privatgrundstück oder warum darf er das einfach? Das kann er doch nicht einfach machen. Dieses architektonische Meisterwerk lässt seit Dezember hier keinen mehr durch. Absperren ist ein bisschen brutal. Warum muss das jetzt sein? Das ist reinste Notwehr. Die Öffentlichkeit besitzt zwar ein Gehrecht, der Weg verläuft aber über Herrn Müllers Privatgrundstück. Ständig bergeweise Müll. Hier liegt gern Verpackungsmaterial, leere Chipstüten. Tatsächlich massenweise Abfall. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr da, weil er aufgeräumt hat. Dosen zwischen den Ästen. Unglaublich. Hier aufgerissene Verpackungen, wo der Inhalt entfernt wurde und dann leer zurückgelassen wurde. Sowas. Herr Müller fordert vom Bürgermeister mehr Engagement. Der sagt, der Weg wird zweimal die Woche sauber gemacht. Ich bürg mal, dass das der mit Abstand intensivst betreute Weg in Oberhaching war. Einfach wieder abreißen lassen kann der Bürgermeister die tolle Barrikade allerdings auch nicht. Die steht ja auf Maximilian Müllers Privatgrundstück. Max, tear down this wall. Du weißt genau, dass die Kinder, die Jugendlichen, dass die älteren Herrschaften schon angewiesen sind auf den Weg und dass das schon eine tolle Abkürzung ist. Und nicht umsonst gibt es ja das Geh- und Fahrtrecht für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Das ist doch hier kein Thema. Wir sprechen doch nicht hier über wirklich groß, wahnsinnige Einschränkungen. Diese Szene einfach, dass die miteinander reden, aber diese Mauer dazwischen ist, das macht mich fertig. Blutgruppe Biopositiv ist aber auch meine persönliche Berufskrankheit des Ingenieursstudenten. Oh wei, oh wei. Da war der intensiv betreuteste Weg. Leider ist das aber tatsächlich ein generelles Problem. In jedem öffentlichen Weg sieht es bei uns aus wie scheiße. Es ist halt so. Erst einmal benehmen sich die Leute dann nicht, deswegen sieht es auch erst so aus, aber wir haben dann auch nicht mehr die Infrastruktur, dass das regelmäßig sauber gemacht wird. Irgendwie. Ja, man müsste ja dann irgendwie so eine staatliche Putzkolonne organisieren, die das dann die ganze Zeit sauber macht. Will ja auch keiner machen. Aber das ist schon Ingenieursstudent. Ich hoffe nicht einer, der meint. Nun Pixelwerk, studieren sie etwa in Waff man die Stadt sagen, Crowdy? Ja, mach du das, wenn du möchtest. Ich verstehe den Anwohner da total. Irgendwie muss man sich wehren. Ja, also ich verstehe das auch. Absolut. Das ist zwar, das ist jetzt, vielleicht bringt es ja was, dass er dieses Ding errichtet hat, um dann den Kompromiss zu finden, hey Leute, ich mach das Ding wieder weg, wenn ihr euch jetzt benehmt, damit die Leute mal aufblicken und dann ein bisschen gewissenhaft damit der mit dem Weg umgehen. in Wismar ist, ich, der seinen Kleinmüll mit zur nächsten Tonne nimmt und da reinwirft. Öffentlich oder privat? Ja, ist Wahnsinn. Bei uns auf dem Weg zum Bahnhof ist meistens der ganze Rasen voll gemüllt und am Anfang und am Ende des Weges stehen Mülleimer. Ich verstehe die Menschen nicht. Ja, Gerda, wenn du dann auf diesem Rasen bist, das ist schon so ein bisschen weit bis zum Anfang und zum Ende. Dann musst du dich dann wieder bewegen, verbrauchst Kalorien, tust etwas für deinen Körper, weil du dich dann wieder bewegen musst und so. Das ist alles zu viel für die Leute heutzutage. Was ist denn Quark mit Kompromiss, bis du das Ende gesehen hast? Okay, dann gucken wir mal weiter. Die diskutieren ja jetzt gerade, aber ich mache immer diese Pause, damit wir dann ein bisschen mal kurz zwischenzeitlich ein bisschen reden können oder ich dann Sachen vorlesen kann. Ich hoffe, das ist so okay. Rein da. Außer, dass da halt keiner mehr durch kann. Selbst ein Bürgermeister nicht. So stehen bleiben darf der Zaun, aber eh nicht. Na ja, zum öffentlichen Straßengrund ist nach der Ortsgestaltungssatzung nur 1,20 Meter erlaubt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Dann mache ich halt ein Stacheldraht hin oder was auch immer. Ich meine, wenn er das haben will, dass hier ein Gefängniszaun ist, dann kann er das schon haben. Dann mache ich solche Spitzen hin, da wird mir was einfallen. Ich komme hier gerade noch mit dem Kompromiss. Ja, und er will einen Gefängniszaun dahin machen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Der Bürgermeister muss ja nicht durch den Zaun. Er kann ja auch drüber hinweg. Ja, es ist... Oder sich einen Tunnel bauen unten drunter her, ne? Das führt uns nach Nürnberg, der Heimat der berühmten Mini-Würstchen. Oh, jetzt so Nürnberger Rostbratwürste. Angeblich sind die deswegen so klein, weil damit früher Straftäter gefüttert wurden durch die Löchlein in der Gefängnismauer. Hinter so einer Mauer saß übrigens auch der fränkische Raubritter Eppelein. Er entkam der Todesstrafe, indem er auf seinem Pferd über den Burggraben hopste. Hat keiner mit gerechnet, schließlich stand da gar keine Brücke. Über gar keine Brücke geht es auch in unserer nächsten Geschichte. Über eine Brücke. In Nürnberg steht ein ganz besonderes Bauwerk. Und, ähm, sagen wir, beschäftigt die Menschen. Das ist nicht euer Ernst. Aber im Augenblick eine normale Fußgängerbrücke. Hat der keinen Boden? Doch wenn man genau hinschaut, dann, äh, weht da doch was. Warum hat die Brücke keinen Boden? Die Brücke hat einfach keinen Boden. Oh Gott. Die Brücke hat leider einfach keinen Boden. Ich schwöre euch, ich habe das nicht vorher geguckt. Ich sehe das wirklich jetzt gerade zum ersten Mal. Das kann nicht wahr sein. Oh, stark, stark. Das ist, äh, daher relativ nutzlos. Sinnlos. Sinnlos. Sinnlos, ja. Das schaut aus wie ein Stück aus einem schlechten Witzbuch. Überflüssig. Man sieht sofort, dass hier was Überflüssiges steht, ne? Ja, stimmt. Früher hatte die Brücke natürlich einen Boden. Aber das ist lange her. Na nie. 2007 hat die Stadt Nürnberg die Fußgängerbrücke gesperrt. Weil der Holzboden leider hinüber war. Ja. Blöd. Da machst du einen neuen hin. Die Bohlen waren zum großen Teil richtig durchmorscht, durchfault. Und dann musste man also handeln und diesen Bohlenbelag in der Gänse auch abnehmen. Und nun steht das gute Stück seit acht Jahren so bodenlos in der Gegend rum und wird langsam eins mit der Natur. Mittlerweile hat sich natürlich ja ganz massiv Vegetation und auch schützenswerte Vegetation in dem Bereich ergeben. Letztendlich, Sie sehen die vielen Bäume, die hier rumstehen. Und während hier schützenswerte Brückenbäume wachsen, muss die Stadt Nürnberg die Brücke natürlich weiterhin warten. Und zwar nach der Brücken-DIN-Norm 1076. Es gibt sogenannte laufende Beobachtungen, es gibt die Besichtigung auch in der DIN vorgeschrieben und es gibt die Einfachprüfungen. Und das macht so 15.000 Euro Wartungskosten im Jahr. Für eine gesperrte Brücke, die eigentlich keiner braucht, weil direkt darunter ja eine Fußgängerampel ist. Kann man die nicht abreißen dann? Schützenswerte Vegetation, ich werde weich. Achso, warte mal, ich habe jetzt nicht richtig zugehört, glaube ich. Man kann sie nicht abreißen, weil... Was? Bodenlose Frechheit? Achso. Das ist nicht euer Ernst. Auf den ersten Blick eine normale Fußgängerbrücke. Aber der hat keinen Boden. Doch, wenn man genau hinschaut, dann fehlt da doch was. Warum hat die Brücke keinen Boden? Die Brücke hat einfach keinen Boden. Oh Gott. Die Brücke hat leider einfach keinen Boden. Ei, 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 ei. Okay, ich schicke das mal ein. Mal gucken, was die Community dazu sagt. Danke für den Clip. Ach, noch irrsinniger Wege, wenn die Ampel schon vorher da stand. Das, aber... Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Guck mal, wie die hier hängt. Oder... Warte mal, das ist ne... Die hängt an der Latte, ne? Also die steht. Ähm, die Brücke braucht man da. Hängt eine der Ampeln dran. Ja, ne, no comments. Komm, das steht hier. Das steht hier. Und das ist auch schon noch älter. Also... Wait, aber warum hat man... Ich bin mehr als verwirrt gerade, ne? Hängt an der Latte also stets. Ja, genau. Ähm. Ich bin mehr als verwirrt. Warum hat man da jetzt so eine Brücke gehabt, wenn da jetzt sowieso so alte Ampeln sind? Das ist ja jetzt nicht seit erst nur acht Jahren da. Ich glaube ja, dass die einmaligen Abrisskosten höher wären als die ständigen Wartungskosten. Ja, genau, Kimono. Genau. Auf 100 Jahre gerechnet ist das auf jeden Fall immer noch der Fall. Ähm. Und das schafft ja auch Arbeitsplätze, ne? Das sind Steuergeld, die verschwendet worden sind. Ganz einfach. Völliger. Ich glaube nicht, Kimono. Ich glaube, die Wartung der Brücke ist teurer. Hörn verbrannt. Na, na, na. Fragen wir die Herren von der Stadt doch nochmal selbst. Meinen Sie, man bräuchte die Brücke wirklich? Herr Padel? Warum antwortet er nicht? Was ist hier los? Was ist hier los? Hä? Warum? Warum? Entschuldigung, aber... Hä? Das ist... Hä? Das ist... Das ist... Das ist nicht schlecht. Aber das kommt wahrscheinlich dann. Meinen Sie, Sie brauchen die Brücke. Das ist ja der Hammer. Das ist echter Hammer. Das ist ja echt eh nicht schnell genug abgebaut. Die müssen selber lachen. Das ist... Das ist... Das ist nicht schlecht. Alter, Falter. Ich muss mir den Timecode aufschreiben. 21, 51. Ich brauche das als Nippel. Ich brauche das als Nippel. Für... Für... Mein Board. 21, 51. Extra 3. Das ist ja der Hammer. Das ist die... Wow. Das ist einfach... Okay. Pass mal auf. Wir machen jetzt was. Herr Pabel? Tja. Das ist... Das ist nicht schlecht. Aber das kommt wahrscheinlich dann. Meinen Sie, Sie brauchen die Brücke? Voll lustig. Ja. Sind ja auch nur Steuergelder. Ja. Es ist ja nicht mein Gehalt. Weiter geht es hier. Ach schön. Heppenheim. Kennen Sie jemanden? Das passt ganz fantastisch, ne? Es ist wirklich so. Es ist wirklich so, Leute. Südhessen. Das hat jetzt vielleicht gar nichts damit zu tun, aber hier lebten im Oligozän riesige prähistorische Deinoterien. Also, zumindest womöglich. Das sind übrigens, ähm... Urzeit-Elefanten. Übrigens, Deinoterien maßen bisweilen vier Meter. Damals war sowas gar kein Problem. Aber damals gab es ja auch noch nicht die Deutsche Bahn. Es hat gemiaut. Im südhessischen Heppenheim haben die Menschen oft Verkehr. Mal oben rum, mal unten rum. Habt ihr auch manchmal Verkehr? Und damit das für alle schön wird, hat die zuständige Verkehrsbehörde viel in diese Unterführung reingesteckt. Insgesamt knapp drei Millionen Euro Sanierungskosten. Hier kommen alle so richtig in Fahrt. Da ist auch der Bürgermeister ganz erregt. Huch, was ist denn jetzt? Der ist einfach zu groß. Ups, ja. Okay. Dinge, Dinge, die Crowdy regelmäßig hört. Er ist einfach zu groß. Bei den großen Dingern über 3,90 Meter wird es etwas anstößig. Das liegt an diesen wohlgeformten Stahlträgern. Die hat die Deutsche Bahn in die Unterführung eingebaut. Und der Stahl ist nicht nur hart, sondern sitzt auch ganz schön tief. Täglich fahren mindestens 10, 15 LKWs, die höher 3,90 Meter sind, da unten rein. Dann stehen die erstmal da drin und müssen sich wieder rausmanövrieren. Dann ist das Wenden ein Riesenakt. Dann fahren sie rückwärts. Es bildet sich ein Stau. Es wird gehupt. Ja, das Hupen ist natürlich richtig stark. Wie er das betont, ey. Neppi. Oh, Solid Dreams hat keinen Verkehr. Alle einmal Ausrufszeichen PAD Solid Dreams 89, bitte. Amerika oder Russland alltäglich mit den zu großen LKWs unter zu kleinen Brücken. Ist das wirklich da so regelmäßig? Stream Elements? Was ist denn jetzt schon wieder? Och, ne. Normalerweise müsste da eigentlich mein Bot stehen. Der ist mal wieder nicht eingeloggt. Vielleicht ist das auch das Problem hier heute. Ah, mein Stift. Funfact. Stau ist eine Abkürzung für stehende Autos. Uff, Kimono. Ich wusste das mal, aber danke für das Erinnern. Bot müde, Bot schlafen. Ist so. Ist so. Penguin James ist müde. Der hat irgendwie keinen Bock. Ich wusste auch mal auswendig, wo ich dann hier einstellen muss. Menu. Stream Settings. Ich glaube, das ist es nicht. Custom Bot Name. Change to Penguin James. Aha. Ja, da muss ich, da muss ich Custom Bot nehmen. Das ist, weil ich den Namen verändert hatte. Und deshalb ist das jetzt nicht drin. Er hat nicht genug Fische bekommen. Ja, erstmal heißt er wirklich jetzt Penguin James und nicht Pinguine James. Ich habe mich da vertippt. Deswegen ist das jetzt so. Funfact. Ich habe nicht meinen Führerschein. Weiß aber ein paar Sachen. Hast du den Police Simulator gespielt? Oder GTA? Vermutlich, ne? Oh la la, aber das muss man doch nicht so eng sehen. Die Deutsche Bahn legt nun mal Wert auf geschützten Verkehr. Ja, das ist ein großes Ärgernis. Wir haben damals die Deutsche Bahn eingeladen von 2008 an bis 2013 und haben darauf hingewiesen, dass es eine Großbaustelle sein wird. Und die Deutsche Bahn soll doch bitte schauen, ob sie selber auch Reparaturarbeiten hat. Das hat sie verneint und hat gesagt, das ist alles in einem guten Zustand. Und die Deutsche Bahn hat verdammt viel Stehvermögen. Kaum war die Baustelle fertig, kommt die Deutsche Bahn und sagt, nee, wir müssen jetzt unsere Brücke sanieren. Die ist baufällig und dadurch haben wir das Ärgernis heute. Ach, entspannen sie sich. Die Bahn sorgt eben bei allen für einen gemeinsamen Höhepunkt bei 3,90 Meter. Ein ekstatisches Erlebnis. Unfassbar. Morgens um halb sieben geht es praktisch los und dann wird man geweckt durch das Schöpfernen. Ding, 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 ding. Ach, hier kommt einfach jeder auf seine Kosten. Das ist doch... Morgens um halb sieben geht es praktisch los und dann wird man geweckt durch das Schöpfernen. Ding, 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 ding. Guck mal, wie sie es fühlt. Guck mal, wie sie es fühlt. Oh ja. Wie geht das Geräusch? Ding, 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 ding. Ich muss den Frame finden, warte mal. Hier kommt einfach jeder... Ding, 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 ding. Weckt durch das Schöpfernen. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ach, hier kommt ein... Alter Falter, ne? Das muss ich mir auch aufschreiben. Ah ja, ich habe ja jetzt meinen Stift verloren. Ach. 24, 40. Wahnsinn. Das muss auch aufs Board. Ohne Witz, ne? Da brauchen wir einen Sound Alert von... Mach das ding, 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 einfach als Stream Deck Button. Ja, entweder werde ich das machen oder eine 10 Stunden Version vom Ding, 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 Incoming. Knobel, ich glaube nicht, dass ich darauf Bock habe, sowas zu machen. 10 Stunden Version. Okay. Machst du so einen Stiftehalter für den Schreibtisch? Da gibt es recht coole Sachen. Ne, brauche ich nicht. Machst du daraus den Song, so wie damals das? Maschendrohr-Zaun. In the morning. Einfach jeder auf seine Kost. Nein, machen wir nicht. Wie hoch waren die nochmal? Über 3 Millionen Euro. Na geil. Kannst du das mit dem Ding-Song von How I Met Your Mother kombinieren? Der Ding-Song von How I Met Your Mother? Den kenne ich gar nicht. Barneys Ding. Ich kann nicht mit, ich habe da so ein Ding. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Ein Penis. Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Es ist ein Bang-Song. Ach, Bang, Bang, Benedi-Bang. Bang, Bang, Benedi-Bang. Ding, Ding, Ding. Ja, ist machbar. Sag mir bitte, dass Lörrach einfach ein alter Name oder Begriff für Lörres ist. Das ist ja unglaublich. Der hat sich in der Othmar Hitzfeld. Gleich um die Ecke ist auch Megamathematiker Leonhard Euler geboren. Nachdem ist sogar eine Zahl benannt. Dann kriegt Leo auch einen kleinen Pokal. Ansonsten gelten in Lörrach eigene Mathe-Regeln. Wenn Ihnen mal jemand sagt, der Hitzfeld schoss 30 Tore für den FC Luzern, dann dürfen Sie in Lörrach getrost erwidern, ja genau, 50 Tore waren es. Mit Zahlen hat man es hier halt nicht so. Lörrach. Ein beschauliches Fleckchen ganz im Südwesten Deutschlands. Damit die Menschen... Was ist ein heißer Hugo? ...fleckchen ganz im Südwesten Deutschlands. Was ist ein heißer Hugo und warum kostet der 3,90? Ist das heißer Sekt? Ist das heißer Sekt? Heißer Hugo, das ist ein Tee. Ne, warte mal. Sternenthaler, das ist... Heißer Hugo-Rezept. Alkohol auf jeden Fall. Hm. 1,5 Liter trockenen Beißwein, 350 ml Holunderblütensirup, abgeriebene Schale und Saft von einer Bio-Limette und 8 Zweige-Minze. Das ist heißer Hugo, ihr Lieben. Zumindest ein Rezept auf lecker.de oder so. Also wenn man dann in Lörrach sagt, dass da 2.000 Einwohner sind, sind es dann plötzlich 4.000 oder sogar 10.000. Wer weiß. Damit die Menschen ihre Ruhe haben und die Kinder ungestört an der Straße spielen können, hat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr beschlossen, hier eine 30er-Zone einzurichten. Und Blitzer aufzustellen. Und der Blitzer hat dann auch tatsächlich geblitzt. Ganz schön oft. Es gab viel undiszipliniert. Ah, ich erinnere mich. Das ist die 30er-Zone, in der man 50 fahren darf, ne? Klingt nach Brechmittel. Ich glaube, den heißen Hugo gab es schon vor Bio hier, Bio da, Bio überall. Na nie. Der Autofahrer, das muss man wirklich so sagen. Mehrere Tausend pro Monat sind in dieser Straße zu schnell gefahren. Dann gab es eine Situation, dass es eben sehr viele Strafzettel gab. Wir haben durch den Blitzer enorm viel Geld eingenommen. Und darüber haben sich die Autofahrer tierisch aufgeregt. Da hat der Gemeinderat eine super Lösung gefunden. Das ist aber Bullshit. Warum regt man sich denn dann auf? Lärmschutz, Schule. Verdammt nochmal. Da ist ein 30er-Schild und sogar ein Blitzer. Und die Leute fahren da trotzdem 50 oder 60. Die alle glücklich macht. Die Lösung, die jetzt vorgeschlagen wurde, sieht so aus, dass hier 30 gefahren werden darf. Aber erst bei 50 geblitzt wird. Genial. Was für ein Kompromiss. In einer 30er-Zone ungestraft 50 fahren, wenn Politik nur immer so einfach wäre. Jetzt sind natürlich alle zufrieden, vor allem die Anwohner. Ich finde das ein Witz, weil es ist eine 30er-Zone. Und wer schneller fährt als 30, das ist eine Ordnungswidrigkeit und das muss bezahlt werden. Ja. Aber die Gemeinderäte hatten doch bestimmt gute Gründe für ihren genialen Kompromiss. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es ihnen wirklich nicht näher sagen. Wir sind aus der Sitzung raus, haben nachher noch ein Schorle miteinander getrunken. Und waren schon sehr über uns selbst erstaunt, was wir da gemacht haben. Was haben wir denn da gemacht? Einsam einen Trink. Das ist unglaublich, ne? Ab 50 wird geblitzt, ja. Ohne Scheiß. Bremswegberechnung, wie war das? Wie ist die Formel? Hat da jemand gerade Bock, das irgendwie auszurechnen und in den Chat zu posten? Bremsweg bei 49 kmh, Bremsweg bei 30 kmh. Was das für einen Unterschied macht. Und dann noch in so einer Schulzone. Ihr habt die Kids da gerade gesehen, ne? Ja, what the fuck? 30er Zone ist 30er Zone. Ja, anscheinend nicht, wie du gerade gesehen hast, Knobelwitter, ne? Ohne Scheiß. Verstehe ich überhaupt nicht so etwas. Wir haben doch alle nur viel zu viel Nagellackentferner. Die hatten bestimmt diesen heißen Hugo. Den hatten sie alle. Die Schorle habt ihnen vorher getrunken, ja. Und nicht nur eine. Zu viel gebechert. Und das ist rausgekommen bei der Sitzung. Ist unfassbar, ne? ...gehen und sich einfach mal häufiger selbst überraschen, dass... Ah, Prim. Nice. Kilometer die Stunde durch 10 mal Kilometer die Stunde durch 10. Mal 3. Moment. Wieso hat Prim eine andere Höchstgeschwindigkeit durch 10 hoch 2? Bei 30 sind es 9 Meter. Ja, aber 49 wären es dann 14 Meter oder sowas, ne? Also nicht unwesentlich, äh... Bei 50 sind es 40. Was? Machst du Scherze? Das ist ja viermal höher, der Bremsweg. Bei nur 20 kmh mehr. Wir sind nicht mal doppelt so schnell. Haben aber einen viermal höheren Bremsweg. Ich würde mal sagen, die Abstimmung war so dämlich kompliziert formuliert, dass alle versehentlich falsch gestimmt haben. Es... Ich weiß nicht, warum man da überhaupt diskutiert hat. 30 ist 30 Ende. Also aus meiner Quelle sind es Bremsweg 25. Ähm... Also Internet halt. Ja gut, aber auch 25. Bei 50 sind 15 Meter und Bremsweg 25. Reaktionswege bei 50 sind 15 Meter. Also Reaktionsweg ist dann die Zeit, äh, von... Ich sehe Kind, ich drücke auf Bremse. Und dann kommt erst, äh, der Zustand, dass ich bremse. Und so kommst du dann auf 40, okay. Verstehe. Ja trotzdem, aber eben genau das. Das ist eine komplette Absurdität und mega risky. Ich will nicht wissen, wie viele Kinder... Also Gott, äh, behüte das oder vermeide das. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Dass da was passiert, ne? Stimmt meine Formel zum Bremsweg. Bei 30 sind es 18 insgesamt. Also doch mehr. Ja gut, äh, die Reaktion kommt noch dazu, ne? Ist doch moderne Politik in Lörrach. Ja, es ist... Na dann, Prost. Ne, es ist einfach... Einfach nur Kopfschütteln. Einfach nur Kopfschütteln, ne? Und schon sind wir an der letzten Station unserer Reise durch den realen Irrsinn im Süden angekommen. Karlsruhe. Vor 300 Jahren vom Markgrafen Karl Wilhelm am Reißbrett entworfen, müsste man meinen, dass Karlsruhe Übung hat in Sachen Straßenplanung. Doch leider lässt sich die Karlsruher Oststadt ein X für ein O vormachen. Hier in Karlsruhe läuft alles rund. Auch der Verkehr in der Oststadt. Denn seit 19 Jahren gibt es hier den praktischen... Oststadtkreisel. So ein Ding gibt es auch in Bonn. Und je nachdem, wo man auffährt oder abfährt aus diesem Kreisel, kommt man dann auch auf die Autobahn oder eben nicht. Und eventuell dann auch auf die falsche. Das ist so dermaßen nervig. Ich hasse Kreisverkehre mit so vielen Straßen. Es ist richtig anstrengend, sowas zu fahren. Also richtig Wahnsinn. Bei dem Kreisel, da blicke ich null durch. Und du auch? Ah, okay. Wenn du hier drin bist, darfst du ja schon mal nicht über diese durchgezogene Linie. Hier dürftest du kurz drüber. Ich bin mal gespannt, worum es hier geht. Also ich glaube, hier verfahren sich Leute regelmäßig. Der ist Schweizer. Weil es eine Kreuzung mit Ampeln ist. Es gibt Kreuzungen mit Ampeln. Wo sind hier Ampeln? Warte mal. Moment. Das ist doch ein Kreisverkehr. Ich gucke vielleicht erst mal weiter. Der Kreisel ist höhere Mathematik. Seit 19 Jahren gibt es hier den praktischen... Oststadtkreisel. Genau, den Oststadtkreisel. Und es läuft ein ADAC-Mann in diesem Kreisel herum. Es ist ein Problemkreisel. Ja, definitiv. Aus verkehrstechnischer Sicht ist es relativ schwierig zu beschreiben, was es hier ist. Aber warum denn? Alles in allem ist das doch ein richtig rundes Ding. Simple Spurenführung... Ja, ich habe einen kurzen Kurzschluss gehabt, Crowdy. Kreuzungen mit Ampeln. Ich meinte natürlich Kreisverkehre mit Ampeln. Aber irgendwie wurde Kreuzungen geschrieben? Ja, egal. Ich habe mich da ein bisschen ver... Tipp... Äh, ver... Verdingst. Tipp, das ist eine Kreuzung, kein Kreisel. Das hier soll eine Kreuzung sein. Aber man hat doch hier diese Schilder noch. Die Schilder bedeuten doch... Das soll eine Kreuzung sein. ...klare Beschilderung, herrlich übersichtlich und fast gar keine Unfälle. Na gut, seit 2003 waren es rund 420 Stück. Es ist kein Kreisverkehr und kein... Es ist kein Kreisverkehr und kein Kreisverkehr. Eine Kreuzung, okay. Es ist kein Kreisverkehr und keine Kreuzung, meinst du? Was ist das dann? Das Problemchen lässt sich relativ präzise einkreisen. Man denkt im ersten Moment, man ist in einem Kreisverkehr. Aber es ist kein Kreisverkehr, weil ich eigentlich eine klassische Kreuzung habe. Hä? Wer denkt denn, dass der... Oh, Stadtkreisel. ...ein Kreisverkehr ist? Dann hätten ja die Leute im Kreisel Vorfahrt. Absurd. Das ist eine klassische Kreuzung. Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Es ist eine Kreuzung. Dritte Ausfahrt. Gut, aber dafür wissen doch bestimmt alle anderen Bescheid. Keine Kreuzung, ist doch ein Kreisverkehr. Weil es ist eigentlich kein Kreisverkehr. Das ist also die... Je nachdem, von welcher Richtung sie kommen. Ist eine Kreuzung und ein Kreisverkehr, aber einfach auch unlogisch gemacht. Ach, jetzt mal Ruhe in Karlsruhe. Ist doch alles ganz einfach. Und hier wird jetzt dann eigentlich das Problem, dass ich jetzt hier nach links eine durchgezogene Linie habe. Das nächste Problem ist hier bei der Vorfahrt gewähren, dass ich jetzt hier mehrere Spuren kreuzen muss. Ich bin... Das kann nicht wahr sein. Schon wieder am Vorfahrt gewähren, muss auf die Autos achten, die fahren. Und schon erschließt sich der Kreis. Ey, wer da eine Prüfung macht und durchkommt, der Typ oder die Frau, also... Der kann dann überall fahren, ne? Die Person. Geradeaus über den Kreisverkehr. Es ist... Es ist eine Kreuzung aus Kreisverkehr und planerischem Hirnfurz. Straßenbahnen fahren auf der Kreuzung übrigens auch noch. Was? Da! Einmal gerade rüber. Stimmt's! Man muss eben ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Und für die Stadt gibt es schließlich einen guten Grund fürs Rund. Die prognostizierten Verkehrsbelastungen hätten einen normalen Kreisverkehr nicht erlaubt. Die Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung wollten aber an der Idee festhalten. Deshalb wurde diese Kreuzungsform gewählt. Und es heißt ja schließlich sinnliche Rundungen und nicht sinnige Rundungen. Das ist das bescheidenste Kreisel, was ich je hier in Deutschland gesehen habe. Unglaublich, unglaublich. Einen Kreisel, eine runde Kreuzung. Das war Extra 3. Der reale Irrsinn im Süden. Tch. Ich bin einfach nur sprachlos. Was das? Also wie kann man so etwas bauen? Das... Ich kann nicht mehr, ne? Man muss sich doch etwas dabei denken. Es muss doch irgendwie sowas wie eine Planung geben, wenn du sowas machst. Oder... Ja, der Chat ist sowieso broken, ne? Wie es beliebt. 100k. Guck mal. Ja, ich hoffe, dass sich Stream Elements wieder beruhigen wird demnächst. Ah, realer Irrsinn. Wahnsinn. Einfach nur... Immer nur Wahnsinn. Da. надо movie Есть. Ja, das geht. Na inne.